mal versuchen unkraut jäten das schafft man auch dort wo die geysire sind immer glück haben wenn man glück haben schafft man alle drei aufgaben in einer runde für ich bin ich da schon mal los sabina ist der skin den ich so geil finde wir können trotzdem da versuchen zu landen sollte kein problem sein aber ist wirklich da dachte ich da waren eher die geysire irgendwo dort so können wir erstmal landen mal schauen hier ist schief aber ich werde glaube ich auch erst mal abseits zu dieser scheune fliegen oder ist ein bisschen weiter weg wenigstens oder wo fliegst du hin ja ich fliege zu strange hier runter hier landet keine sau und da sind wölfe hier bei mir ist halt keiner gelandet ich musste kurz video kommentare kommentieren ich bin meine erste dmr wir sollten vielleicht wirklich immer am anfang rausspringen wenn hier keine sau landet hey blaue pump ich werde gejagt das hat ja eine star mit zu tun ab hier nr ist dacu wenn du eine kopfgerdjagd annimmst wird der nächste spieler in der nähe herausgekommen hey dacu ich hab einen wolf hier bei mir ist ein geysire dann spring mal ich werde das so safe hier abgeballert dann schieß zurück und wie paue ich den jetzt aus am besten äh eine frau vorreiten blaue sniper heavy hab ich schon das dauert ja jahrhunderte reite doch mal rum ob du eine pflanze findest wegen unkraut jäten gleichzeitig mit ich snack mir schnell den wolf hier draußen das ist der weiner zum biggie den ich mit mir mache wer soll es das ist der wolf der hier springt und springt und springt und springt ja immer der wolf immer auf den wolf schießen oh grüne dmr nehme ich auch noch mit äh das ist der Ich hab halt noch nicht mal so eine Zweischusspump ist mein Problem gefunden. Da unten ist Pflanze. Ich sehe aber nicht ob die Unkraut dran hat. Hier sind überall so eine Pflanzen, also da wird doch definitiv eine Zweischusspump dabei sein. Die kann ich nicht abernten oder auch nicht jäten, schön. Die schauen wir nicht, ab zur nächsten. Nein, die ist gerade im Wachstum. Hier bei der kannst du Unkraut jäten. Mach ich gleich, ich ernte mich kurz ab. Zweischusspump, perfekt. Hier ist noch eine normale für dich. Ey, hab ich schon. Achso. So, wieviel Unkraut hast du geätet? Für du. Hat's gereicht? Ja. Dein Wolf aus Power. Wo ist jetzt meiner schon wieder da? Wo ist jetzt meiner schon wieder da? Was? Müsstest du jetzt rein theoretisch alle erledigt haben. Jetzt hab ich's. Äh, ich schau gleich. Mal ganz kurz 5k kassiert. Hauptträger, wöchentlicher. Lass dich fangen. Ach Scheiße, das muss ich dreimal machen. Bleib zurück. Bleib zurück. Da muss mal Wolf bleiben. Bleib drinnen. Guck mal, Herr Honig. Der ist aber auch gleich ausgepowert. Ja gut, normal laufen. Ganz normal einfach laufen. Ähm, das war irgendwo da unten, ne? Ja. Ja. Stimmt, ich hab die Kopfgeldjagd überlebt. Ne, noch nicht. Bei mir steht immer noch für 19 Sekunden. Äh, 15 bei mir. Ey, das war gerade weg bei mir. Da hinten ist einer, aber der ist ziemlich weit weg. Ist hier noch einer? Jetzt hab ich überlebt. Eigentlich geh da hinten hin. Also, ich weiß ja wenigstens wann das. Ich hör ein Auto, oder? Ne. Mach das. Eher als der Kopfgeldjagd in die Nähe. Ja. Hier wo ich bin, ist halt nix. So, ich mach noch schneide 5K-Aufgaben hier. Jo, erledigt. Drei von drei, ein Gasier noch. Dann nehm ich den da. Äh, du kannst immer den gleichen nehmen. Ja, die Kopfgeldjagd kam aber mir zu nahe. Ich bin da extra weg. So, drei von drei. Und Level Up. Waren wir ja nicht schon? Ja. Ja. Irgendeiner war hier schon. Ah. Hast du Sniperm und nicht so fertig? Hab ich rausgehauen? Ja, hab ich schon aufgesammelt. Danke. Bisschen pumpen wir die Schale gleich. Hab ich ja aktuell 43, das reicht erst mal. Warte, ich hab 22. Nur 66 mit dem MP-Schuss. Bei einem Starko. Hier unten sind die Geysire. Ich musste in so ner Schlucht. Warte. Ah, das geht einfach weiter. noch mal ein paar xp kassiert ich werde abgeschossen ich komme wieder runter ich komme dir entgegen was ist denn hier los und 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 Danke für die Pump-Money. Na, Soft-Pack ist immer gut. Perrbus, 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 mein Dachku, schützt mich doch nicht runter. Gut, er ist weg. Ich glaube, dass das auf die Kopfgeldjagd ist. Kann gut sein. War ein Fehler, ich fahre nämlich da hinten rum. Auf dem Baum waren aber schon welche, tatsächlich. Ich würde aber trotzdem bleiben, weil man eine super Aussicht hat. Wie war das? Aber nichts, was man brauchen kann. Wo hast du drauf geschossen? Auf dem Battle-Bus hinten, auf dem der frei steht. So, gehealt. 600 Damage, der Bus ist schnell kaputt. Die sind raus. Der eine hat kein Schild mehr. Ja, ich habe ordentlich kassiert gerade. Aber da sind noch mehr. Da ist noch ein Zweierteam. Ja. Achtung, wir haben eine Striper, pass auf. Die healen sich. 120er Hit. Jetzt weg. Molybone. Nice. Hab den auch weg. Ich schieß den runter und du holst dir den Kill. Das ist scheiße. Ey komm, die 240 Damage habe ich vorher auch schon gemacht. Aber trotzdem habe ich den, der seinen Kollegen getragen hat, runtergeschossen und du holst dir den Kill. Das ist scheiße. Das ist ein Glückstreffer. Eigentlich müsste ich jetzt das hier machen, Darko. Ey. Du musst eh weg, Zone kommt. Ich werde auf dem Baum geblieben. Wir sind in der Zone, selbst auf dem Baum. Mein. Wo haben wir die weggeschossen? Es sind eh nur noch zwei. Ja, dank mir. Die haben Angst vor mir. Die campen irgendwo. Das sind wieder so eine Camper halt. Hier haben wir die weggeschossen. Ich bräuchte vielleicht noch was Gutes. Oh, lass einer wieder alles weg. Hinter mir wurde geschossen. Hier ist eine lila DMR. Nimm du die. Pass auf, ich bin von hier hinten weggeschossen worden. Aus der Richtung ungefähr. Kann aber auch von Dark gewesen sein. Weil Angst, dass die hier im Busch sind. Da unten! Da! Ha! Scheiße. Ja. Alles gut. Naja. 120er Hit. Hier, links, links, links. Hat nen Hit. Gibt der straight aus? Ich auch. Der Stein hat mich gut erwischt. Pass auf, der eine Campte da hinten. Wir müssen weg hier. Der hat noch ein bisschen was. Was für heils, Bray? Ich hab noch ein bisschen was. Alter! der trifft echt jeden schuss ja der hat der aimbot an hundertprozentig wo ist der denn ich sehe den nicht mal mehr der aftung da wo du bist nicht 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 da ist er noch deswegen wollte ich eigentlich dahin sehen wir nicht der snipe hat irgendwo hinterm stein da ja ich hab gesehen da hinten am stein ist ich kann auch versuchen die einzukäseln 120 erhält ich aber auch nichts mehr also wenn er mich noch einmal zurück weg wir müssen aber runter hier oben werden wir einfach nur aus dem stauchen gewischt der hier unten hat kein schild mehr da noch nicht mehr einer ist knapp hier ja geil NICE NICE!